Heute ist Montag, es ist alle höchste Zeit für die Montagsfrage und die lautet Was macht eigentlich das einstmals so stolze und über jede Kritik erhabene Männergeschlecht? Nun, es befindet sich in der größten Sinn- und Identitätskrise, seit es der Herrgott nach seinem Ebenbild erschaffen hat. Die Krone der Natur, der in den letzten Jahren schon so einige Zacken weggebrochen sind, ist endgültig reif für die Abfalltonne. Wohin das Vorbild suchender Auge auch blickt, nur noch Watschenmänner, Pflaumen, Auguste und Witzfiguren. Von Boris Becker über Mola Adelbisi bis hin zu Markus Lanz, da wo früher tapfere Recken mit Schwellbrust und Sixpack unerschrocken an der Spitze der siegreichen Mannschaft marschierten, da dackeln heute nur noch ein paar abgehalftete Trauergestalten orientierungslos durch die Landschaft und präsentieren ihre Männlichkeit wie einst der nackte Kaiser seine neuen Kleider. Zum Beispiel die Wettkandidaten am Samstagabend bei Wetten, dass früher, da kamen die tollkühnen Burschen mit Bulldozern und baggern und zeigten dem ehrfürchtig staunenden Fernsehvolk, wozu so ein echter Testosteronbomber in der Lage ist. Heute wirft der eine mit leeren Plastikflaschen auf einen Tantautomaten und der andere hüpft mit einem Bein auf einer Leiter rum, um Glühbirnen auszutauschen. Beim nächsten Mal werden sie wahrscheinlich um die Wette bügeln oder 30 verschiedene Weichspüle am Geschmack erkennen. Aber die Herren der Schöpfung haben es zur Zeit auch wirklich schwer. Denn was waren seit Ewigkeiten die drei Säulen, auf denen das maskuline Selbstbewusstsein in sich selber ruhte? Genau, Fußball, Bier und ein Haufen PS unter der Motorhaube. Und diese einst zu ehrenen Säulen bröckeln wie der Bund Sandstein auf Helgoland. König Fußball entpuppt sie als korrupter Despot, der wie in Katar bei der Verwirklichung seiner größten wahnsinnigen Pläne über Leichen geht. Und der Kampf um die deutsche Meisterschaft ist in dieser Saison in etwa so spannend wie der Gummistiefel-Weitwurf in Ostfriesland. Das deutsche Bier, einstmals der Inbegriff der Reinheit und der verflüssigten Mannhaftigkeit, verseucht von Legionellen und verhökert von gierigen Brauereikartellen, die den braven Zecher in den Gerstensaft spucken und ihm mit illegalen Preisabsprachen die Kohle aus der Tasche leiern. Tja, und das mit den PS unter der Haube hat sich auch erledigt, seit der ADAC das Urvertrauen auf vier Rädern nachhaltig erschüttert hat, die Statistiken gefälscht, die Pannenberichte manipuliert. Und wenn heute ein gelber Hubschrauber durch die Luft knattert, dann bringt er nicht die Engel zum Rettungseinsatz, sondern den ADAC-Präsidenten ins Fünf-Sterne-Hotel. Was für ein Elend. Das Autoschrott, der Ballplatz, das Bierschal. Und was macht der deutsche Mann? Er radelt frustriert mit dem City-Bike in die Federballhalle, wo er nach einem gemischten Doppel eine alkoholfreie Weißweinschorle schlürft. Und danach geht's zum Friseur. Augenbrauen zupfen.